Ja, schön. Okay, wir kommen später hier hin. Es regnet, ey. Feuer ist weg. Händler noch am Start. Ich dachte, ich habe vergessen, deinen Geburtstag, nicht wahr? Nein, ich habe es nicht. Pick up Gift. Okay, dann würde ich sagen... Was haben wir hier? Eine neue Uhr. Sie piept. Genau das, was ich wollte. Es hat sogar Solar-Batterien. Und ein Makro-Element-Skanner. Schau dir selbst, ob du keine missbrauchst. Wir waren hier nur ein paar Tage. Aber Stress kann dich nicht ausreißen. Mhm. Sag mir über das. Ich bin mir nicht sicher, aber ich sollte, glaube ich, alle Macheten mitnehmen. Guck mal, hier fehlt schon eine. Mist, die hätte ich mir mal eben einstecken sollen. Naja, vielleicht finden wir sie wieder. So, ich soll jetzt also meine Uhr checken. Check your watch. Da ist die Uhr. Ähm, wie tue ich das? Ähm, okay. Check your watch. So, da muss ich leider gerade... Aha. F. Es ist tatsächlich F. Find something nutritious and eat it. Da hätten wir doch eigentlich schon mal was. Ein bisschen Nuss, ein bisschen Fruit. Expand. Eat. Notebook, New Entry. Food Poisoning. Mhm. Bin ich jetzt vergiftet? Nein, oder? Sag ich mal. Das hauen wir uns auch mal rein. Bup. Ähm, 15 Fette. Okay, ich denke mal, wir müssen wieder bis auf das Maximum unseres Gesundheitszustands kommen. Deswegen brauchen wir definitiv noch ein bisschen was zu essen. Wir machen mal einen auf Sammler. Eine Angel... Eine Angel wäre fett. Was haben wir denn hier noch? Haben wir Water. Clean. Das ist geil. Das steht hier wenigstens, dass das clean ist. Okay, ich darf natürlich nicht das Camp verlieren. Was haben wir hier? Green Coconut. Geil. Ähm, hier sind irgendwelche ganz heftigen Sounds, Mann. Lass mal fallen, ey. Ich hab eine Kokosnuss hier hingelegt. Höh. Alter, hab ich sie aus dem Leben ge... Hab ich die... Was hab ich mit der Kokosnuss gemacht? Hä, die war voll wichtig. So ein Scheiß. Ähm, ja, wo ist sie denn jetzt hin? Ich hab die echt aus dem... Ich hab die aus dem Spiel geschlagen. Ja, okay. Gut. Das war ein Zeichen. Aber... Vielleicht gibt's da ja noch mehr. Wir gehen also hier über den Fluss, wo der Baum so halb drin liegt. Oh, hier ist noch ein Vogelnest. Sehr geil. Sehr geil. Oh, und ein Ei. Zwei Eier. Geil. Eier. Tja, immer paarweise die Teile. So. Jetzt brauch ich nur noch ein bisschen mehr essen. Die Eier werde ich wahrscheinlich kochen müssen. Die kann ich ja nicht so essen. Ja, hier geht's runter. Das Zelt ist noch in Sicht. Sehr gut. Ich geh mal ein bisschen weiter. So, was haben wir denn hier? Okay, was haben wir gelernt? Immer dem Flusslauf folgen, ne? Falls wir uns verirren. Ah, guck mal, da oben. Da sind doch Nüsse dran. Oh, sorry. Ich glaub, ich muss mir da eher eine Axt machen oder so, ne? Hochklettern kann ich leider nicht. Soll ich mal zum... Expand. Pick up. Drop. Ah, Expand. Harvest. Coconut Shell with Flesh. Ja, nice. Wenn ich jetzt hier reinklicke. Eggs, Eggs. Coconut Shell. Ähm, nochmal Harvest. Aha. Eat. Wow. Das ist geil. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das zu essen. Eat. Eat Drop. Ne, ich glaub nicht, dass man die so essen kann. Ich bin aber immer noch nicht full. Steine hab ich noch... noch nicht gefunden. Wow, da geht's mal echt runter. Äh, drink water. Sehr schön. Steine brauch ich mal. Ich brauch Steine für eine Axt oder so. Aber haben wir hier gar nicht. Da sind Leaves. Hier ist wieder mein Zelt. Find something. Big Stone. Ah, okay. Oh, was ist hier denn los? Ähm, ich leg den Big Stone mal hier hin. Vielleicht kann ich damit irgendwas machen. Ein Lock. Okay, den lege ich auch mal hier hin. Der Stein liegt da noch. Okay. Alles klar. Nochmal ein Stein. Also liegen hier doch welche. Und auch sehr nah hier. Wenn das mal nichts zu bedeuten hat. Oh, meine Nase ist schon wieder verstopft, ey. Ich hasse diese Scheiße. Water. Okay. Ähm, so. Das ist auch schon der kleine Flusslauf hier gewesen. Also, verirren kann man sich hier nicht. Okay, ich kann hier hoch. Wo geht's weiter? Oh, oh, oh. Ähm. Ich glaube, sowas wie Fallschaden und so ist hier mal der ganz heftige Scheiß. Da sollten wir also nicht mitspaßen. Was ist das da? Warum sind diese Pflanzen so grün? Die sehen so nützlich aus. Oh, kann ich da bitte hochgehen? Danke. Das ist ein bisschen laggy. Aha. Unknown Mushrooms. Okay. Wir müssen entweder ausprobieren. Ich meine, man hatte ja direkt am Anfang schon gesagt. So, yo, das ist risky und so ein Shit. Passt damit auf. Aber ich würde ja echt gerne mal, ne? Zeig mal. Komm. Ah, Five Cups. Okay. Die Teile können wir uns also reinhauen. Aber mehr kommt unser... Unsere Health kommt nicht hoch. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie Früchte essen oder sowas. Oder vielleicht tatsächlich Fleisch. Obwohl ich mir auch nicht vorstellen kann, dass zu so einem Early Stadium schon irgendwie ein Fleisch gewünscht ist. Hier kann ich jetzt erstmal nicht lang gehen. Aber ich höre irgendwelche Viecher. Okay. Wir gehen hier mal wieder runter. Und suchen. Weiter nach irgendwelchen Nutricions. Auf dem Boden. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Oh, was war das? Aha, was ist hier? Banane. Wow. Und da vorne habe ich gerade Dings gesehen, Mann. Habt ihr das auch gesehen? Diese Leguane. Alter. Banane ist natürlich richtig geil. Und dann verschwindet die Frucht. Ja, sehr geil. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass hier schon eine Bananenpflanze ist. Da werde ich mich dann öfter dran bedienen können. Und hier, da ist er. Zwei. Alter. Alter. Hä? Ist der gerade weggeplatzt? Splatsch. Ist nichts von übrig geblieben. Kein bisschen Fleisch. Oh. Moin. Hä? Hä? Was ist denn mit dem? Hallo? Komm schon. Jetzt. Alter. Vielleicht habe ich den anderen eben einfach nur wie den Ball aus dem Leben geschlagen. Ah, jetzt. Okay. Ich habe anscheinend schon einen Stein in der Tasche, mit dem ich das Teil weg ernten konnte. Lass mal angucken. Iguana-Meat und Bananenmann. Zwei Tage und 20 Stunden. Ist ja krass. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns doch gleich erstmal ein schönes Stück Iguanodon. Da ist er. Da vorne. Ähm. Da vorne. Hier vorne. Scheiße. Wow, die sind natürlich echt schnell, die Teile, ne? Egal. Ich glaube, wir haben erstmal ein bisschen was zu essen. Dann versuche ich das Teil jetzt erstmal zum Laufen zu bringen. Wir brauchen ein paar Sticks. Wir brauchen, ähm, Small Sticks. Ne, den großen, den wollen wir hier direkt erstmal direkt so machen. So machen und reinlunzen. No, was? Ah, ich habe schon so viel. Oh. Decker. Wüstenspringmaus. Alles klar. Ähm. Craft. Und zwar. Eins, zwei, drei. Ach nein. Moment mal. Remove, remove. Das war doch anders. Ähm. Notebook. Feuer. Small Feuer. So. Und. Stick. Einmal noch ein Stick, bitte. Was war das? Rope. Small Stick. Small Stick. Small Stick. 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 Und nochmal. Oh ja, hier liegen sie. Geil, das kann ich direkt wieder nehmen, weil ich ja eben alle verbraucht habe für das Feuer. So. Eins, zwei. Jetzt haben wir hier unser Feuertool. Ähm. Use. mit dem Bird's Nest. Ob ich wohl die Eier da auch reinlegen kann. So. Und Ignite. Dann hätten wir. Ähm. Ähm. Craft. Stück Fleisch. Ähm. Nee, ich hätte gerne. Hm. Small Stick. Kann ich das nicht? Kann ich das nicht maken, Alter? Ich esse mal so eine Banane. Fuck, ich esse auch nochmal so ein Ei. Drop an Eiting on the Crafting Table. Ja, ich würde das halt gerne. Aha, nee. Ich kann das da nur so hinlegen. Use Tool to Create Ember. Alter. Hatt ich nicht hier irgendwo noch beim Feuer. Ich hätte doch so Dry Leaves. Hier sind doch Dry Leaves. Komm schon. Ähm. Dry Leaf. Palm Leaf. Dry Leaf. Oder mache ich daraus nur diese Robes? Expand. Craft. Nee. Das ist es nicht. Äh, was ist das? Dry Leaf. Expand. Craft. Ich packe das mal gerade da hin. Nee, dann habe ich das immer noch nicht da. Okay, aber ich habe die Kokosnussschalen da vorne noch, habe ich gesehen. Wir probieren das mal einfach aus. Wir usen das Ganze. Aha. Guck. Dry Leaf. Das sollte doch dann funktionieren. Puff. So. Hallo, hallo, hallöchen. Und jetzt guckt das so runter. Nice. Warum nicht? Coconut Bowl. Da können wir was zu trinken mit aufstellen. Auffangen. Aber wir haben ja hier den sauberen Fluss, nicht wahr? Also, what the fuck. Äh. Das hat es nicht gebracht, oder was? Ist immer noch Raw. Use. Wie kriege ich das, wie kriege ich das Feuer denn größer? Das ist natürlich echt heftig. Ähm, da. Ja. Was? Muss ich das nochmal machen? Use. Dry Leaf. Jetzt ist es wieder aus. Ja, geht aber schon besser. Ohne Scheiß, ey. Das ist natürlich heavy. Nicht, dass ich das dann noch drauflegen muss, oder so. Irgendwie was anderes. Andere Stöcke. Nee, das geht nicht. Doch. Small Stick. Dauert es jetzt länger? Nee. Aber ich kann. Das wäre doch eigentlich logisch, oder nicht? Versuchen wir das jetzt einfach nochmal. Ähm, ich hab ja noch hier, ne? Dry Leaf. Was? Was war das? Okay, hat irgendwie nicht geklappt. Wer essen das jetzt? Was war das? Hold F to look at your smartwatch. Leber. Notebook New Entry. Ich esse eine Banane. Als Wiedergutmachung. Well. Okay, wir sind wenigstens voll. Das hat lange gedauert. Alles. Klar. Kann ich da rumklicken? Alles klar, dann würden wir... Ja. Just be careful. Be careful. Was ist das? But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. You're suspicious of technology. If anything goes wrong, I leave the village and get you on the radio. Alles klar. You can assume everything is just fine and there is no need to worry. Alright. Okay. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Check the cork board. Okay, wir gehen wieder zurück zum Lager. Ja, wie wir gerade gehört haben, befindet sie sich am Rande des Surfers, wird dort erstmal essen, was sie finden kann. Und dann... Nee, Palm Leaf nicht. Habe ich hier nicht eben den Dry Leaf hier da. Und wir können nicht so oft sprechen, als ihr gesagt. Deswegen, wenn irgendwas ist, werden wir uns melden. Ansonsten verfolgen wir erstmal das Ziel hier. Fuck ich at 발생, xelall bought type d aprender, xelall, or vagy bis zum letz machst, ja. Fuck. Fuck. Hurray? For Buying. Surah. It's the same. Fuck. Fuck. Vielen Dank.